Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram, ja und heute spiele ich zusammen mit der Alexa und dem Gian eine Runde FlexQ. Ja, und da mir die Alexa ganz, ganz freundlicherweise einen neuen Wukong-Skin geschenkt hat, den ich übrigens tierisch geil finde, muss ich diesen natürlich sofort ausprobieren, also heißt es noch einmal Wukong auf der Top-Lane. Ja, und wenn der Twitch endlich fertig geladen hat, können wir das Game starten. Jetzt gibt er Gas. Vollbremsung bei 99%. Aber Renga mit Dark Harvest, One-Shotted von denen sehr viele, das ist schon mal nicht schlecht. Du One-Shotest auch, Twitchem Late, Du One-Shotted auch alle von denen, bis auf den Mundo. Ja, wie gesagt, bei mir genauso, die platzen alle außer der Mundo. Und für den habe ich ja extra meinen Ignite dabei, ne? Und der hat Ghostbine, ne, kein Flash, damit du Bescheid weißt. Obwohl, jetzt hättest du eigentlich Brand spielen müssen, ne? Das würde gut zusammenpassen. Warum? Mit meinem Wukong-Skin. Achso. Das würde gut aussehen. Das Game von eben lade ich auf jeden Fall hoch. Das war schön. Wow. Mann, lass mich doch ein bisschen tanzen hier, du Blödmann. Boah, ich hab gerade voll ran gescrollt. Wollt ihr den Skin mal zeigen? So ein Gangster. Wobei, jetzt ist jeder schon mal über diese Chef-Sport gelaufen. Ich würde noch mal sagen, ne, der da startet mit Doranschild. Also kriege ich gar nichts ein, denn den sagst du. Hm, schwer. Ja gut, dafür wird auch nicht allzu viel Schaden machen. Sag du es nicht. Das wollen wir noch Mundo. Hm, hm, hm. Du sollst mich aufbauen. Ich bin Realist, weißt du das nicht? Ich bin Realist. Ich bin Realist. Schön, du sollst mich aufbauen. Hast du Glück gehabt, dass es allangeflogen ist? Nice. ist natürlich ihr schnuck ist auch nichts anderes erwartet oder mit da kann ich es können da ist ein Latimie abgeholt so muss das oh set, jag den Rengar wollte ich gerade sagen Mundo geht auch hin tja es war natürlich gut für den Rengar, schlecht für mich, weil der Z hat double war es mhm, oh alter war das knapp oh, trifft er dieses blöde Hackerball auch noch mann niederleben, netter niederleben, netter haben hmm, ne ich muss Base, Mist Dammit Ah, ist das blöd jetzt Ich will hier so viel fahren Das darf ich nicht riskieren Ich habe sieben Farben, ey Wettkampot Ich brauche Hilfe, Rengar Bitte Ich kriege keinen Farben Ja, da sehe ich, dass er jetzt 6 gewonnen ist Ja Wenigstens mitgenommen Lol Read Ich glaube vom Farben her ist das mein neuer Minusrekord Naja, noch Mein Farben ist auch nicht so gut Ich habe 10 Äh Bitte So komme ich auch nicht zum Farben, ey Das ist erschrecklich Ruhe, keine Sekunde Ich glaube ich bin Gut gemacht. Nein! Das gibt's doch nicht. Der Renga tiltet mich bis zum Mond. Das glaube ich dir. Ich bin der zweite KDN-Gibt. Bei mir sei er jetzt ganz knapp weggekommen. Ja, ich weiß. Bei ihm ja auch ist alles okay. Also das Probieren, ne? Aber dann ist er spread up in den Tower reingelaufen ohne nichts. Ich bin der zweite KDN-Zonen. Ich bin der zweite KDN-Zonen. Ich bin der zweite KDN-Zonen. Ich komm nicht ran. Jeder könnte zu euch kommen. Hm, ich flitze schon. Z4-0, Alter. Krass. Ich stehe, ich stehe 4-2 und habe 20 Farmen mittlerweile. Ey, ist das schrecklich. Ich stehe ja nur 0-2-1. Das Problem ist, dass zwei Mann mit Buffs der Renga an ihm verreckt ist. Mhm. Einmal Red und einmal Double Buff. Mhm. Ich spiel'n Poke-Champion, weißt du, der reckt das jetzt halt einfach immer for free gegen. Ja. Ich krieg' ihn nicht gebullied. Ich hab' ja auch weniger Farm als er jetzt. Er pinkt noch wie ein Bekloppt. Ja, vor allem warum pinkt er mich? Ist der doof? Na, Z war hier. Könnt ihr auch Vision haben. Der Bot ist nicht mehr im Air. Ich geh' mal Botlane mitgucken. Ruhe, keine Sekunden. Muss da Drami wieder ganken kommen, wa? Ja. Die haben halt Double Heal. Richtig eklig. Ja. IG. Oh, oh. Und es reicht. Er hat nicht mal was durchbekommen. Mhm. Jetzt hab' ich Sonjas. Jetzt vorbei mit dem Spaß. Bei mir leider nicht. Hab' zwar einen fünften Kill bekommen, aber gegen Mundo kann ich nicht viel machen. So, erstmal den Renga, diese Pings muten. Alter, nervt er. Tja, Renga. Wärst du mal ganken gekommen, als ich dich drum gebeten habe? Nee, er ist ja inlaiden, wie ich noch ein Double Wars abgegeben. Wobei er hat auch einen Kill bekommen, aber es ist nicht wert. Nee. Eine Lane behind zu setzen und dann nicht ganken zu kommen. Oder nochmal zu ganken und nochmal zu ganken. Eine Lane? Ja, so zwei Lanes. Bei euch auch verhegelt? Nee. Nee, nee, aber top lane halt, ne? Und wird er erstmal Kiss abgeben, super. Nee, ich glaub. Er ist nicht verreckt, dass er top lane ist. Nee, auf meiner Wege fahren. Er ist einfach noch nicht vorbeigekommen. Obwohl wir Mundo zu zweit halt easy geschafft hätten, ne? Aber alleine, keine Chance. How do you like it, that? Naja, aber wir wollen ja nicht dem Jungler die Schuld geben, ne? Vor allem, der pusht mich jetzt permanent rein. Auch mal vorbei. Mein Set fehlt. Ja, ich komm ganz gut mit dem Klar, so ist es nicht. Aber ich muss halt die ganze Zeit hierbleiben. Ja, Borna Hydra, Dinger. Weißt du, was du machen kannst? Ja? Du kannst es gut schaffen und leist es hier, nachdem du mit dem Fade ist. Also die normale Hydra, meinst du? Kann ich machen. Oh Mann, ey, was ist das für ein Game? Ist er jetzt wirklich auf den Set gegangen? Ich bin doch gerade raus geflasht. Oh Mist, ich muss schon wieder top lane hoch. Nee, Twitch geht. Naja, ich geh trotzdem. Mist. Gute Buller. Könnt ihr jetzt da mit Kollapsen mittlerweile? Im Timing her. Wir kommen nicht hinterher. Scheiß. Naja, doch, Mobi Boots. Ja, an sich egal, aber ich hab mal halt ignitet. Darum ärgert's mich. Oh Mann, Junge. Oh Mann, Junge. Oh Mann. Du bist bei mir nicht. Potsdam. Wir erstellen mein Können im Fak. Ja. Ja. Da. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, ich hab mal eine Schuld. Oh Mann, ich hab mal kicked. Ein Gegner wurde getintet. Scheiße. Was ist der denn? Hä? Der hat doch gesilenced. Gutes Set, äh, gute Xerathrin, muss man schon sagen. Aber auch gesilenced. Der Ring hat mich so gefickt. Ich hab keine Chance. Wenn ich was machen soll, aber jetzt hängen die auch hier alle rum. Einer nach dem anderen ist hier angekommen. Nidak, Xerath. Ich muss schon wieder... Hey, der will nicht von meiner Top-Lane verschwinden. Mach du mit und roam, ich farm hier. Was hättest du da fahren? Ja, warum nicht? Komm, erstmal holen wir uns jetzt. Ja. Xie? Ich hab kein Mana. Ich hab absolut kein Mana für nix. Dammit. Ich hab kein Mana. Ich hab absolut kein Mana für nix. Dammit. Der Gegner hat einen Turm zu stehen. Der Gegner hat einen Turm zu stehen. Hm. Wolltest du nicht schnucken? Ja, nur wenn du ihn nicht machst. Naja, ich wollte, dass du ein bisschen Gold kriegst. Was machen den hier? Hm. Wollen wir auch einen Sweeper wieder mal? Solltest du auch schon längst haben, Alexa. Weil die spielen viel und bisschen rum. Mal spart beim nächsten Base. Hm? Wie mein? Und ich muss was anderes fighten. Und nicht Mundur. Den krieg ich nicht mehr tot. Irgendwas versuchen zu one-shotten. Obwohl die jetzt schon alle ganz schön gefeedet sind. Oh lord. Mundo kommt. Jo, ich bin raus. Der Ignite hat gereicht. genau und ließ mehr wenigstens Blubuff bekommen ich vom Rengar war auf einmal nieder Wenn schon nicht vom eigenen Jungler, dann vom gegnerischen, ne? Ja. Oh, Drake ist ab. Hm. Ist wahrscheinlich auch Gorn, aber... Und ihr müsst auf Nein drücken, ne? Nicht, dass da aus Versehen doch surrendert wird. Ja, ja, deswegen. Ich hab auf Nein gedrückt. Oh, ich muss Top-Lang. Der geht dann nicht weg. Nee, das stimmt doch nicht. Sind ja mehr Mane wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich. Keine Sekunden. Alter, wie lange tankt er diesen Tower? Okay, da können wir was gegen machen, gegen den Heroic, der war dumm. Oh, Twitch, Alter, bis nicht Rambo geht zurück. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hoffe, jetzt Morelos. Wird für mal was gegen die Mundu hier machen können, ey. Jo, das ist echt furchtbar. Ja, der Twitch, guck mal, er geht late first. Ich weiß nicht, wie lange er keinen Twitch mehr gespielt hat. Hm. Der hat keinen Shadow Grad. Oh, ich komm nicht ran. Oh leu. Hör auf, rauch mich mal. Deswegen konnte ich ja die ganze Zeit kaum was machen. Beziehungsweise ich hab was gemacht, aber... Ja. Das war's für heute. Das war's für heute, wenn du diven geht, ey. Da könnt ihr auch rein diven. Das war's für heute. Geil. Er war fast reingerannt. Der ist reingerannt. Nee, ich mein... Er tritt in den Speer. Achso. Warte mal, ist das wieder full life? Okay, auch so gut wie ich. Ach, er hat warmocks. Okay, er ist full life. Das kann aber auch eher nicht denken. Nee. Ah, Mist. Ah, Mist. Acht. Timmts. Mhm. Wird machen damit. those attack. mm fede. Oh, wir an SP komm. Hm. Ah, Timm. Ah, das ist gut. Oh,, ich weiß für heute. Oh, oh. Ah, das ist gut. Es ist gut. Oh, ich glaube jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Beten, ne? Hier brauche ich 1-7 Jetzt macht das gleich auf der Bord, ne? Ja, der Schorlawiner Das ist ja so gedacht, alter Das ist ja so Ich bin zu spät gekommen Hat der geheilt gehabt, der ist? Nee Der Twitch lässt mir auch keinen Farben, ne? Der rennt mir die ganze Zeit hinterher und nimmt mir alle Wölfs Hm Man hat trotzdem nur 170 Sorry, mein Gott, hochkonzentriert, Digger Das will ich gewinnen Nee, ich gehe Topline hoch Nee, ich gehe hoch, ich gehe hoch Ach schon, okay Hab mir gneitet Ja, und trotzdem reicht das nicht Nicht ausrasten Nächstes Mal kass ich einfach Du sollst immer kass essen Ja, weil ich sag, das hab die gneitet Oh nein Oh nein Mann Die beiden eigentlich pre-made Bye-bye Switch Immer die AD Carys Die resistent Das Bild vom Twitch ist scheiße Er macht kein Damage Alter Ja, der ist hat Angst vor dir Mhm Zu Recht Oh, wäre auch fast geplatzt Nein, Guardians of the Angel Achso, aber ist gar nicht abhocken Lol Mannessel Leute Mannensen Mann 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 Ah Obwohl der Bild für den Mundo jetzt natürlich richtig ist. Ja, aber... Loll, aber er stirbt, oder? Ich kann da gar nicht hingucken. Beim Twitch. Oh, Gott sei Dank war der jetzt so greedy. Der Mundo. Gott sei Dank sind da so wenig Minions. Kommt da gleich rengoetet. Wenn du sie ein bisschen von den anderen Tower-Affern halten kannst. Ich hab das kaputt mit oet. Dein Ernst? Minions. Sieht dich gut aus? Nee. Nicht wirklich, ne? Jetzt sind die beiden großen Objectives ab. Sieht die Colleckenden alles aus. Ja, aber das werden sie. Wir haben drei kaputte Inhabs. Da haben sie auch eine Ersten. Mist. Twitch, bitte stirb nicht an den Minions. Alter. Okay. Wenn ein Boss kommt. Jo. Hatte nur 5,1 Grad Leben. Boah. Minions. Oh Mann ey. Vierst mal. Ja danke. Ja. Okay. Okay. Ich bin heute nicht eigener geworden, oder? Doch, doch, zum Glück das Garen-Game. Ja, aber ich möchte euch natürlich auch ein paar Niederlagen zeigen, damit die Spannung auch erhalten bleibt. Und ich hoffe auch, dieses Game hat euch gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis bald, euer Aran.